Yo Leute, hier ist wieder euer Ray Potter mit einer Sondermeldung. Der gute Tim hier ist momentan dabei, einen neuen Weltrekord im Langzeittauchen aufzustellen. Er hat sich mittlerweile schon seit 8 Stunden nicht mehr bewegt, das nennt man Konzentration. Und jetzt ein paar Worte vom Vater. Vielen Dank, Ray. Tim hat uns total überrascht. Eigentlich konnte er nicht mehr tauchen oder schwimmen. Wir sind schweizhaftig. Hallo, bitte helfen Sie mir. Meine Nase wurde geklaut.